Es ist eine Frau Präsidentin von einer ASBL, die heißt Cultural und das ist eine ASBL, die sich gegründet hat für die Leute, die ein bisschen Manner suchen und die nicht so viel verdienen, Akzent und Kultur zurückzugeben. Wir haben den Kulturpass zusammen mit dem Minister der Familie und der Kultur an den Weltgeruf. Mit dem Kulturpass kommen Leute, die eine gewisse Abkommission oder eine gewisse Limit sind, die mit dem Pass gratis an den Museum kommen, für 1,50 Euro, an den Theater, an den Darmus, an das Wektakel. Allerdings nur von den Institutionen, die mit uns Partner sind, weil da rund 40 Institutionen schon am Land sind. Warum hast du die Plurionette wichtig für den Spektakel? Das ist immens wichtig. Die Plurionette haben wir ganz weit geschafft, am Anfang von der ersten Sekunde. Und wenn es in Söpensant-Fälz ist, dann muss ich auch keine Informationen weitergeben. Das heißt Leute, die müssen irgendwie Informationen bekommen, was für ein Spektakel ist, der will gucken gehen, was für ein Musik, der will gucken, was für ein Partner. Und das geht dann über Internet. Da könnte man von Florian nicht sowieso einen NSS-Filter kaufen. Und dann gibt es drei Gründe, dass das über Schnittstellen, die Partner, die bei uns dann Partner sind, oder die Museen, an die Theateren, die gehen ihre Programme dann automatisch nur auf unsere Sits, das liegt über Plurionette. Also über Plurionette gehen wir, weil das nicht weitergefinden könnte, das ist das. Ich gucke in Plurionette regelmäßig, aber echt in Philippe Zürich. Ich gehe nur weiter nach Nutz-Zeit, aber lerbe man dann nicht viel auf Trea oder auf Metz zu gehen, schon den Sprung. Da heißt es so vom Centre Pompidou oder so, gucke ich mal mehr. Aber ich gucke nicht regelmäßig, was Großregionen bleibt in Philippe Zürich. Ja, da habe ich das schon flott gemacht. Und von schnellendem ging ich das wahrscheinlich, wenn ich so jung bin, als der Junge sind. Im nächsten Strunk. Ja, ja, ja. Weil dann das wahrscheinlich von einem jungen Gast dann der Klinik besser macht. Das fand ich eine gute Idee, wie so großartig gemacht zu sein, weil sie ja ähnlich reagieren wie mir. Dann haben sie den ganzen Tag alleine. Ja, ja, ja. Nie. Ja, ja. Ich bin es nur noch einfacher. Und ich bin es immer noch nicht mehr, Und ich bin es auch nicht. Ich bin es keineść, aber es ist so gut. Vielen Dank.